Europa geht ins Kino. Das ist das Motto des European Art Cinema Day am 15. Oktober. Wir wollen gemeinsam das europäische Kino feiern, aber wir wollen auch gemeinsam die Vielfalt des Kinos feiern. Und ich lade Sie dazu als Präsidentin der Deutschen Filmakademie sehr herzlich in Ihr Kino ein. Lassen Sie sich verführen, lassen Sie sich verzaubern und lassen Sie es zu, dass Sie diskutieren, dass Sie träumen, dass Sie nachdenken, dass Sie wütend werden. Denn Kino ist Vielfalt, nicht Einfalt. Kino ist Gefühl und nicht Gleichgültigkeit. Und das Schöne daran, nicht nur einmal an einem Tag in einem Jahr. Nein, das ganze Jahr über, jeden Tag. Also kommen Sie ins Kino und genießen Sie es. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Ihrem Kino. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.